Es ist eine große Freude hier zu arbeiten. Wir kamen ja hier zum ersten Mal in 2007 und haben seitdem, finde ich, eine wunderschöne und ideale Zusammenarbeit mit dem Trefolium gehabt. Die Räumlichkeiten, die Gastfreundschaft, die Möglichkeiten, die wir hier haben, alle unsere sehr unterschiedlichen Aktivitäten hier auf einem Platz durchzuführen, ist für uns wirklich, wirklich ein sehr schönes Erlebnis.